Die junge Generation prägt die Zukunft. Die junge Generation prägt die Zukunft. Die Pflanzen sind jünger als die Bäume. Jünger? Am jüngsten? Alt Die alte Kirche hat eine lange Geschichte. Das Buch ist älter als der Film. Älter? Älter Am ältesten? Am ältesten Schön 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 Das schöne Lächeln erhält den Raum. Der Sonnenuntergang ist schöner als der Sonnenaufgang. Der Sonnenuntergang ist schöner als der Sonnenaufgang. Schöner? Schöner Am schönsten? Am schönsten Am. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jung, alt, schön, das sind die drei besonderen Eigenschaften, die die faszinierende Stadt Salzburg in Österreich auszeichnen. Mitten im Zentrum erhebt sich ein modernes Gebäude, das die lebendige Atmosphäre der jungen Bevölkerung widerspiegelt und das Herz der Gemeinschaft repräsentiert. Neben diesem zeitgenössischen Flair stehen entlang der kopfsteingepflasterten Gassen auch charmante, alte Häuser, die die reiche Geschichte der Stadt ehrwürdig bewahren. Doch das Schönste an Salzburg ist die atemberaubende Kulisse der umliegenden Alpen. Die Aussicht von den Hügeln rund um die Stadt ist für alle gleichermaßen schön. Hier eröffnet sich ein majestätisches Panorama, das die Stadt in ihrer Jugend, ihrem Alter und ihrer zeitlosen Schönheit zeigt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.